Seid gegrüßt, meine Freunde der Fahrschule beim AKH. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Ist Sex im Auto eigentlich erlaubt oder verboten? Grundsätzlich ist Sex an öffentlichen Plätzen, an denen jemand vorbeikommen kann, verboten. Es handelt sich um eine sogenannte öffentliche geschlechtliche Handlung und ist nach § 218 Strafgesetzbuch verboten und unter Strafe gestellt. Wenn ihr das Kraftfahrzeug jetzt aber so abstellt, dass da niemand vorbeikommen kann, dass keine Gefahr besteht, dass er jemanden belästigt, gibt es keinen Kläger, es gibt keinen Richter und das ist dann auch durchaus erlaubt. Dazu sei auch zu sagen, Sex im fahrenden Fahrzeug ist jedenfalls für den Fahrer oder die Fahrerin verboten, da man gemäß § 58 Straßenverkehrsordnung sich jederzeit in einer körperlichen und geistigen Verfassung befinden muss, dass man das Fahrzeug zu beherrschen und die Rechtsvorschriften zu befolgen vermag. Also kurz zusammengefasst, Sex im Auto ist okay, wenn du dich irgendwo hinstellst, wo keiner vorbeikommen kann. Ich persönlich muss sagen, Sex im Auto hat durchaus seinen Reiz, ich werde es aber heute nicht mehr machen aus Bequemlichkeitsgründen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr mir eure Kommentare und eure eigenen Erfahrungen mit Sex im Auto auf meinen Social Media Kanälen hinterlassen würdet und wir sehen uns nächsten Montag. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020